Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, meine Freunde, heute in diesem Video gibt es wieder ein Teil Feuerwerk auf Ebay. Ich habe nämlich wieder ganz interessantes Feuerwerk auf jeden Fall gefunden auf Ebay. Und ja, vielleicht habt ihr schon Part 1 gesehen. Wenn nicht, ist das auf jeden Fall jetzt mal hier oben rechts bei der Infobox verlinkt. Da haben wir auf jeden Fall ein paar sehr schöne Angebote gefunden. Bin ein bisschen ausgerastet. Ja, und mal gucken, wie es heute so aussehen wird. Bevor das Video auf jeden Fall startet, würde ich euch auf jeden Fall noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. Dann würde ich auch schon sagen, geht es jetzt direkt los. Ja, als erstes haben wir hier die Mr. High. War vorhin auf jeden Fall bei 50 Euro. Wurde jetzt auf jeden Fall heruntergesetzt. Auf 1 Euro sind schon zwei Gebote. Ging auf jeden Fall relativ schnell. Das war jetzt vor ein paar Minuten erst. Und ja, hier steht auf jeden Fall 4. Januar. Ist auf jeden Fall nach Silvestern. Wir lassen es einfach. Ja, hier Verpackung, leerer Karton. Hier auf jeden Fall 200 EQ. Erstmal die Batterie rausgenommen. Ja, und hier steht auf jeden Fall auch, dass es auf jeden Fall ein leerer Karton ist. Also wenn das dann wirklich ein leerer Karton ist und die Gebote wieder bis auf 40 Euro hochgehen, dann würde ich sagen, GG an den, der es gekauft hat. Ja, dann sind wir hier schon beim zweiten Produkt, Level Whistle. Mal gucken. Weiß ich nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Es sind schon 19 Gebote drauf. 40 Euro hier auch Leerkarton. Und jetzt gucken wir mal. Hier steht auch Leerkarton. Ich bin mir zwar nicht sicher. Ich glaube, da ist die Batterie. Ich glaube schon, dass die da drin ist. Aber wenn da keine drin ist, hier steht ja auch Leerverpackung, dann sind auf jeden Fall schon mal 40 Euro für den Höchstbietenden weg. Auf jeden Fall richtig geil, wer da überhaupt mitmacht. So dumm, vor allem 40 Euro auch schon. Ja, dann haben wir hier als nächstes wieder einen Partybag von Komet. Ich glaube, das ist gerade absolut im Trend. Ja, da habe ich auf Ebay jetzt auf jeden Fall schon 10 Stück gefunden hier. Die gehen wahrscheinlich richtig ab, hat sich einer gedacht. Ja, die gehen alle für 40 Euro hier, wie man sieht. Und keine Ahnung, 40 Euro, absolut überteuert. Der kostet 8,99 Euro bei Komet. Aber wenn man mal so überlegt, eigentlich allein für den Rucksack hier lohnt es sich schon, dieses Set zu kaufen. Ach ja, sogar 15% Multi-Rabatt. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall sein Business aufziehen. Hier auch sehr vertrauenswürdig, null Verkäufe. Ja, dann haben wir als nächstes hier schon ein Jugend-Sortiment für 35 Euro hier von Komet. Komet, naja, ich würde sagen, Komet-Wahre ist ja sowieso ein bisschen teuer. Und für Ebay-Verhältnisse ist das hier wirklich schon ein Schnäppchen. Da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Es sind sogar 275 Teile drin. Also Respekt auf jeden Fall, dass das hier so billig angeboten wird. Dann haben wir hier als nächstes wieder die Wunderkerzen. Die sind auch gerade im Trend, habe ich wirklich schon sehr viele gesehen. Jetzt sind es aber nicht 50 Stück, jetzt sind es 100 Stück. So, rechnen wir das Ganze nochmal aus. 2 Euro pro Packung, 10 Stück. Und da kommen wir auf 20 Euro. 50 Euro kostet das hier. 50 Euro. Und das wurde wieder 33 Mal verkauft. Ich glaube, ich mache bald auch so ein Business auf und verkaufe einfach Wunderkerzen für den 10-fachen Preis. Was sagt ihr dazu? Hier, auch wieder mit Multi-Rabatt. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier, sogar. Was ist das für eine Bewertung? Was ist das? 4 mal 5 Sterne, 1 mal 4 Sterne? Genau das, was ich gesucht habe. Gute Qualität. Also ja, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, es ist schon wieder raus jetzt. Es war gerade eben noch drin. Aber hier auf jeden Fall haben wir Goldraketen. 8 Stück. 6 Goldraketen für 100 Euro. Das ist einfach lächerlich, dass der sich überhaupt traut, sowas hier bei Ebay reinzustellen. Die kosten 8,99 Euro bei Kaufland. Und all die, ja, keine Ahnung. Oh Gott. Aber zum Glück ist es diesmal auf jeden Fall schon runtergenommen. Da haben die, die bei Ebay arbeiten, auf jeden Fall mal was richtig gemacht. Ja, dann haben wir als nächstes. Jugendfeuerwerk, zweimal Sortiment, Captain Pyro und Pyro Action F1 für 60 Euro. Eine Ahnung. Schaut euch das mal an. Ich würde schon sagen, alleine wegen diesen geilen Bildern, die hier wirklich sehr vertrauenserweckend sind, lohnt es sich auf jeden Fall hier zu kaufen. Ja, keine Ahnung. Und schaut euch, schaut euch diesen Preis an. 60 Euro. Und einmal pro Stunde aufpassen. Was ist denn hier los? Es wird einfach immer schlimmer. Und dann hier haben wir das Ganze nochmal. Diesmal mit ein paar besseren Bildern. Bisschen vertrauenserweckender. Auch diesmal ein bisschen billiger. Ich glaube, das Produkt geht jetzt auch schon im Trend rum. Auch hier schon wieder Pyro Action und Captain Pyro. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wo er das gesehen hat. Das muss ich auch machen. Damit baue ich mir jetzt ein Business auf. Online-Business starten für Anfänger. Ja, ich glaube, dazu sage ich jetzt auch nicht mehr. Da kriege ich einfach nur noch Augenkrebs. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Wieder die professionellen Bilder. Hier wieder Pyro Action. Sieht aus wie das Set bei Lidl jedes Jahr. Und es kostet da 2,99 Euro. Und hier haben wir es für 30 Euro. 30 Euro. Und das wurde wirklich viermal diese Stunde aufgerufen. Sieben Beobachter. Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das sehe. Und es kommt halt nicht mal bis Silvester so. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu Platz 1, was ich hier gefunden habe. Haben wir hier Veko Dicke Brummer. Hier ist auf dem Bild auf jeden Fall zwei Packungen. Hier steht aber nichts. Also ich glaube, es ist sogar nur eine Packung. Eine Packung Dicke Brummer. Jugendfeuerwerk. Hier acht Stück sind drin für 30 Euro. Für 30 Euro, meine Damen und Herren. 30 Euro. Überlegt euch das mal. Diese Packung kostet bei Kick oder sonst wo 1,99 Euro. Und die gibt es halt auch immer noch. Oder bei Norma und so. Und da sind sogar mehr drin. Guckt euch das an. Acht Stück. Acht Scheiß. Acht Dicke Brummer. Für 30 Euro. Dazu sage ich jetzt einfach nichts mehr. Ist auch schon wieder ein guter Abschluss fürs Video. Ich bin wieder ein bisschen geladen. Ja, sieht man. Vielleicht kommt auch noch ein paar drei. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, teilt das Video auf jeden Fall euren Pyros. Wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, abonnieren, liken und Schwarzpulver inhalieren. Achtung. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal.